Hallihallo und willkommen zurück zu Grounded. Wir spielen es im Koop, haben unsere erste Station gebaut und natürlich Daniel ist natürlich auch dabei, beziehungsweise Hops. Hops, I did it again. Ja, ich bin auch wieder am Start und Alex, ich hoffe du bist ausgeruht. Du warst ja beim letzten Mal ein wenig fertig. Ey, ich hasse diese scheiß Spinnen. Du glaubst es nicht, wie ich diese Spinnen hasse. Ja, geht mir genauso. Ist das bei dir auch so? Ich habe gerade einen kleinen Bug, glaube ich. Bei mir sind nämlich die ganzen, achso, die Schnellzugriffsleiste ist irgendwie leer. Nee, bei mir ist alles easy. Alles gut. Sehr interessant. Bei mir ist die Schnellzugriffsleiste leer. Und denk dran, bevor du jetzt hier auf Ameisenjagd gehst, wollten wir unsere Basis erstmal weiter ausbauen. Ja, ja, ich weiß schon, Flammenwerfer und Artillerie und was man alles so findet. Ja, genau. Oh, ich sehe gerade, ich brauche was zu essen. Ringen. Ja, ich habe da glaube ich noch was auf dem Grill oder so. Sag mal, dieser Wasserbehälter, kann das sein, dass wir den gar nicht... Ah, weißt du, ich, ich, warte mal. Wo hast du denn diesen Wasserbehälter gesehen? Wasserbehälter ist hier auf jeden Fall das große Behältnis. Steht da irgendwo? Ja, ja. Ach, guck mal. Oh, 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 guck mal aus der Base raus, oben aus der Tür. Was? Siehst du da was? Oben aus der Tür? Ja. Nee. Ja, okay, du hast gerade den Moment verpasst. Da ist Big Mama wieder unterwegs gewesen. Oh nein, ich will keine Big Mama haben. Ich bräuchte was zu trinken, sehe ich gerade. Weißt du, was ich vermute mit diesem Wasserbehälter? Dass wir den vielleicht unter Gräsern oder so hinstellen müssen. Das könnte sein. Dass der dann einfach dieses Wasser, das Tropfwasser aufhängt. Aber die Tropfen, die fallen doch gar nicht automatisch runter. Doch, 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 die fallen runter. Es liegen manche auch auf dem Boden. Oder von mir sind schon welche runtergefallen. Aha. Jetzt halt die Frage, gibt es da irgendwie eine Erklärung? Weil das andere, was wir da an den Stamm da dran gemacht haben, da war es nämlich auch dabei gestanden, dass wir das an so einen Stamm machen müssen. Also, oder an so ein Ding bauen müssen. Ah, da ist eine Erklärung. Wasserbehälter. Den kann man ja noch umziehen, so ist es ja nicht. Diese ausgehöhlte Eichel fasst bis zu sechs Tropfen Flüssigkeit. Da steht aber nichts dort, dass man das irgendwie separat irgendwo hinstellen muss. Hm. Sehr seltsam. Also, meine Leiste, die macht da schon noch ein bisschen zicken hier. Na, egal. Wie war denn das? Wir konnten doch irgendwie auch unser Zeug reparieren, ne? Reparieren habe ich jetzt bisher noch nicht rausgefunden. Es kann natürlich sein, dass es jetzt geht mit dem Reparieren. Oh, Trinkflasche können wir bauen. Ja, da fehlt aber die Madenhaut. Also zumindest mir. Nee, habe ich. Du hast Madenhaut. Eine kann ich bauen. Wir bräuchten noch zwei Maden heute, dann... Stimmt, wir haben ja... Moment, nee, warte mal. Habe ich mir denn noch eine Maden... Wir haben noch Maden gejagt beim letzten Mal. Habe ich mir denn noch eine Trinkflasche gebaut? Irgendwas war doch da noch. Trinkflasche. Ja, ich habe noch eine Trinkflasche. Okay, weißt du was? Also, ich weiß nicht, was du magst, aber ich suche mir jetzt mal ganz schnell. Ich muss... ...was zu trinken finden, weil sonst sterbe ich. Sagt er mir gerade. Ja, ich auch. Das ist... Oh, Bracke? Nee. Nix zu trinken. Da hätte ich jetzt gerade eine Trinkflasche gemacht. Zwei Minuten, bis ich sterbe? Was? Was soll ich denn jetzt auf die schnelle Wasser hernehmen? Ach, da ist was. Komm mal her. Vielleicht ist hier noch was anderes. Nee, ich weiß schon, wo ich Wasser herkriege. Achso. Oh, da bewegt sich aber was Großes. Ih, da ist eine Schabe. Ih, eine große Schabe. Da ist eine Made, glaube ich. Hä? Warum kriege ich denn meine Sachen nicht ausgewählt? Ich habe da echt einen Bug gerade. Der kompletten Bug. Ich kann meine Sachen nicht auswählen. Kannst du die in deine Leiste ziehen? Die Leiste ist mittlerweile wieder sichtbar. Da sind noch Gegenstände drin. Aber wenn ich jetzt die Kurzwahltasten nehme, wie zum Beispiel 1, 2, 3, wo ich jetzt meine Axt liegen habe, oder meine Schaufel, passiert einfach gar nichts. Wenn du noch mal rejoinst vielleicht? Ja. Dass dir das dann rastet. Wenn das funktioniert, ich gucke mal, ob das geht. Ich könnte aufgeben. Nee, das wollen wir nicht. Geil. Ich habe einen Punkt. Fett beenden. Was ist denn Fett beenden? Naja, so richtig so bombös. Weißt du, du beendest jetzt richtig fett. Moment mal, was ist denn jetzt da? Was ist aufgeben? Dein Charakter stirbt und du liebst von deinem letzten... Achso. Nee, dann verlasse ich da jetzt einfach mal. So, und ich gucke, ob ich jetzt nochmal nachschalten kann bei dir. Ja. Zumindest sehe ich dich mal. Oh mein Gott, da hinten geht es auch nochmal richtig weiter. Sehe ich gerade. So, jetzt sieht man natürlich unser urgeheimes Passwort bei mir. Ja, das kannst du ja rausschneiden oder verpixeln oder so. Das ist ja nur das Problem. Ah ja, jetzt funktioniert es wieder. Ja, also vielleicht noch für alle, das Spiel ist immer noch im Early Access. Ja. Also nicht schimpfen. Ist halt einfach so. Kennst du mich? Ich schimpfe über alles, was nicht funktioniert. Nee, dich meine ich nicht, es gibt ja auch Leute, die... Okay, jetzt habe ich den nächsten Bug, beziehungsweise hatte den nächsten Bug. Jetzt waren bei mir die Gegenstände auf der Schnellleiste überlagert. Das heißt, ich habe da jetzt was weggezogen und habe plötzlich ein anderes Item unten drunter noch liegen. Sehr interessant, okay. Early Access. Das ist ja sehr strange. Genau. Ich hätte jetzt mal eine Frage, wie do ich denn überhaupt eine Trinkflasche einsetzen? Ich würde jetzt mal vermuten, dass man die... In die Hand nehmen und wahrscheinlich dann auf den Tropfen gehen oder so, ne? Kann man die... Ach ja, man kann die in die Hand nehmen, tatsächlich. Man kann damit sie auch zuhauen. Genau. Wir erledigen jetzt die Spinne mit Trinkflasche. Ja. Oh, ich habe da noch eine Hasennuss. Die werde ich dann gleich mal zerlegen. So, da sind wir nämlich jetzt wieder. Wo war jetzt eigentlich meine... Meine Schaufel? Schaufel. Ich schaufel mir doch mal die Mate aus hier. Ja, ich habe ja auch gerade eine. Die werde ich auch gerade mal schaufeln. So. Oh, denk dran, ne? Es kann auch was anderes erscheinen, ne? Ich weiß, ich weiß. Aber ich vertraue einfach mal auf mein Glück jetzt da. So, und jetzt ziehe ich mal hin. Und jetzt ist mein Speer ziemlich im Eimer. Ja, ich brauche auch mal neun. Wie war das? Also, wenn du zufällig... Quarzit brauche ich, um das zu reparieren. Aber was ist denn Quarzit? Wie kannst du denn reparieren? War so ganz blöd gefragt. Wenn ich im Lager vor der Werkbank stehe und dann ins Menü gehe und dann rechte Maustaste auf den Speer und sag dann reparieren. So würde das theoretisch gehen. Aber dazu brauche ich Quarzit. Ist das verdammt nochmal Quarzit? Ja, gute Frage. Wir sind gerade mal im Steinmodus. Wir sind noch im Nernertal. Neun bauen ist einfacher. Kieselsperre mit... Ich bin jetzt... Ja, ja. Nur für mich nochmal. Ich bin jetzt an der Werkbank. Aber wie? Ich sehe doch gar nicht mein Inventar in der Werkbank. Warte mal, du kannst auf... Ne, mach einfach nur, wenn du vor der Werkbank stehst, I. Achso. I, wie eklig. Ja, aber da kann ich es auch nicht reparieren. Oh, Moment, hat es meinen Perk da wieder? Mein Perk hat es... Achso, der ist natürlich... Hä? Ah, okay. Du hast ihn noch in der Hand. Käsesperre. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin in die Schnellleiste rein und da ist es dem Spiel völlig egal. Hm, ne, ich baue mir nochmal ne neun, weil ich habe keinen Qualität. Und die Sachen für den Speer habe ich aber nochmal. So. Ja. Dann schmeiße ich jetzt das Kaputte erstmal weg. Oder warte mal, das kann ich ja eigentlich meiner Puppe in die Hand drücken. Stabel ablegen, ja. Wo ist denn jetzt eigentlich der Gute? Da ist der Gute. Also ich lager jetzt mal so ein bisschen Zeugs ein, weil ich nämlich hier allmählich ähm... Ja, wollte ich auch. ...überquell. Ähm... Diesel? Säuredrüse habe ich hier. Ach, da bist du grad dran, okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich lager das noch ein. Pflanzenfaser. Lager das noch ein. Was ist das? Wir brauchen mehr von dem Zeug, du ey. Ja, ich weiß, wir sammeln ja auch nicht, wir, ähm... Wir erkunden, ja, wir sind grad voll im Erkundungsmodus. Kannst du mich mal in den anderen Korb reingucken lassen? Ja, gleich, Moment. Äh, der ist aber voll. Wie, der ist voll? Ich hab mir voll gemüllt. Ja, Mann, der andere ist auch voll. Mit viel, ja, dann müssen wir doch einen Korb herstellen. Warte mal, doch, ich kriege ja noch meine... meine Eicheldinger kriege ich da noch rein. Das klingt jetzt auch schon wieder falsch, egal. Äh. So. Was brauchen wir nochmal für... Wo? Hä? Wieso springt der jetzt immer hoch? Fliegenbelz. Ja, ich brauch noch Fliegenbelz. Vier Stück. Was hab ich da noch? Na gut. Madenschleim. Uiuiui, ich hab Zeug hier. Ja, äh, da gehen die, äh, in die, in die zweite Kiste da rein. Da hab ich nicht auch schon Madenschleim reingelegt. Ja, aber ich hab so viel, das krieg ich gar nicht alles abgelegt. Müssen wir doch noch eine Kiste bauen. Ja. Ey, diese Blöden? Hab ich vielleicht sogar noch irgendwie Zeug für eine Kiste? Was ist das denn? Ich war von Tico. Oh Gott, es gibt Lockpfeile? Wieso will ich denn Lockpfeil haben? Oh, warte mal eine Fackel. Ich baue schon mal eine Fackel, weil die werden wir später brauchen, das weiß ich noch. Rüsselkäfer-Schild? Hm, ne, da fehlt noch. Rüsselkäfer-Fleisch. Oha. Was ist denn das? Hm. Dach oder so können wir noch nicht bauen wahrscheinlich, ne? Hab ich keins gesehen bisher, ne? Hm. Dreieckswand. Oh, es gibt Graswand mit Fenster. Irgendwann könnten wir uns mal Graswand mit Fenster bauen. Türrahmen. Aha, irgendwelche Gerüste. Ich weiß nicht, was man damit alles machen kann, also. Lehmfundament. Gerüste kannst du bauen, da kannst du quasi drauf und über die Wand. Gut dann gucken oder feuern oder je nachdem. Spießgrill, Smoothieküche. Sachen gibt's hier. Vorratskorb, was fehlt denn da? Ähm, Kleeblatt. Ja, wir haben doch hier genug Kleeblatt rumliegen. Und Seil hab ich ja auch noch. Siehste mal. So, Kleeblatt. Glücksblatt. Bauen wir doch nochmal hier ein paar Körbsche. Ähm. Wieso geht das jetzt noch? Ich weiß nicht. Also ich baue hier gerade... Ich fühle mich gerade wie in Berlin in den 60er Jahren. Ich baue eine große, lange Mauer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand. Achso, und passt auf die Selbstschlussanlage auf, ne? Ja, ja. Niemand hat die Absicht, Waffen abzuschießen, ne? Genau. Kann man irgendwie einen Stapel komplett ablegen mit einem Mal? Einlagern, Kuh. Ne, Kuh ist auch wieder Stapel ablegen. R. 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 R wie Werfen. Ich brauche schon wieder was zu trinken. Es ist zum Kutzen. Okay, ich begebe mich mal auf die Suche nach was zu trinken. Rücken. Oh, wenn ich diesen Madenbraten im Moment hast, dann denke ich mir auch, ey. Pfui, Teifel, ey. Wer will denn sowas? Können wir eigentlich irgendwann größere Rucksäcke herstellen? Das wäre vielleicht ganz cool. Bestimmt. Wir haben ja noch lange nicht alles irgendwie entdeckt. Naja. Sprungnetz. Ein Trampolin bestehend aus Käfergummi und federten Sprösslingen. Die haben auch keine, also unsere Charaktere, die haben auch keine Probleme, außer sich irgendwelche Spaßsachen herzustellen, oder? Ja. Ey, ich brauche dringend was zu trinken. Ich gehe gerade gleich ein. Ja, ich brauche auch was zu trinken. Schon wieder. Warum auch immer. Ist es heute extra warm hier in Game, oder was? Pass mal auf. Ich laufe nochmal zurück. Ich stelle mal einfach mal testhalber mal unser Wasserbehältnis mal raus. Äh, einfach mal um zu gucken, ob das vielleicht echt was bringt, oder nicht. Tu, was du für nötig hältst. Ja, einfach mal testen. Ein Stein, ein guter Stein. So, vielleicht sollte man uns auch mal irgendwie so diese Wasserquellen so ein bisschen mit Wegmarkierungen verzieren, dass wir da nicht immer ewig suchen müssen, sondern einfach direkt immer wieder zu den Punkten hinkommen, wo Wasser sein könnte. Haben wir das? Hä? Explizite Wasserstellen? Weiß ich nicht, also so Tümpel oder so, garantiert, ne? Also... Ja, aber das darfst du nicht trinken, ne? Ja. Das ist Brackwasser, das ist, äh, böse. Ja, jetzt habe ich schon wieder zwei Minuten, muss ich was trinken, sonst falle ich vom Fleisch. Ach da, ich habe was. Ist da zufällig noch mehr? Warte mal, Safttropfen. Einen habe ich jetzt gehabt. Schau mal. Oh, da ist eine Ameise. Das sieht schlecht aus. Dann. Gucken wir mal, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Ich brauche was zu trinken. Ich such mal für dich mit, vielleicht finde ich ja noch was. Faaaaak. Na, hast du was zum... Ich habe entfernt was zum Spielen gesehen, ja? Ich habe mich spontan dazu entschlossen, in die andere Richtung zu gehen. Oh! Lieber tot durch ertrinken, als tot durch... ...was anderes. Genau so ist es. Ach so, hier habe ich diesen komischen Tümpel. Ekliges Wasser trinken, ne. Aber da wäre zumindest mal irgendwas, also wenn du nicht so hohe Ansprüche hast. Also es wäre Quellwasser, ja. Nicht sauber, aber es wäre Quellwasser. Ja, ich gucke, dass ich zu dir komme. Ich habe gerade eine Heuschrecke gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die gut oder böse ist. Im Zweifelsfall ist es immer böse. Es ist so eine Ziffer. Mein Gott, wie weit bist du weg? Ah, Blattlaus. Blattlaus, komm her. Ach, ich habe ja auch was gefunden an Brackwasser. Na, trinke ich davon. Hm. Ekliges Wasser trinken, na, danke. Ach komm, wenn ich eh schon ungesund bin, dann mache ich mich richtig voll. Ähm, ich bin jetzt gerade außerdem bei dieser Maschine, ne. Wo wir sowieso suchen müssten. Ich würde da mal gucken, ob ich da nicht irgendwie das Zeug da schon mal aktiviere. Wir mussten doch da eh irgendwas machen. Ja, 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 ja. Komm. Was war denn da? Ich bin quasi gesättigt. Hm. Wie war das noch gleich? Also ich weiß, da gibt es auf jeden Fall, da leuchtet was. Da sind wir irgendwann nochmal draufgesprungen. Das, da bin ich mir sicher. Aber das tut es hier gerade nicht. Das kann sich halt auch alles geändert haben. Drücken. Huch. Bin ich erschrocken, ey. Ich hüpfe da auf das Ding, auf einmal fängt es das Bitzeln an. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erst mal hier rüber. Da rüber, oder? Hä? Wo müssen wir denn jetzt? Aber wir müssen erst mal das Gras hier kaputt machen. Genau, da war irgendwas im Weg, ne? Oh, oh. Da fliegt eine Biene, glaube ich, hier oben, ne? Äh, Ameise, kannst du mal weg, bitte? Du hast mir den gefallen. Verpieselst du dich? Danke. Ameise. So, ach, Moment mal, du haust doch auf den falschen, glaube ich. Nö, ich hau auf den richtigen. Aber der Ameise. Komm, gearbeiten. Ich hab dir schon mal gesagt, gearbeiten. So, ich hab das jetzt erwischt. Schau mal, die Ameise wird gleich ertrückt von dem Ding hier. Okay, dann haben wir den beiden. Ja, und der andere Laser. Das war, glaube ich, die fiese Geschichte mit den Milbengedöns da in der Höhle da. Ja, das kann sein. Gut, ich hab ein Speer. Ich hab auch ein Speer. Ein Gewehr wäre natürlich besser, aber ein Speer ist auch erstmal okay. Mit einem Speer ist es nicht schwer. Schauen wir mal. Gott, mein Getränke-Dings ist schon wieder irgendwie ziemlich niedrig. Hast du was gegessen, was salzig ist? Weil das ist nämlich auch so ein Ding. Nicht, dass ich wüsste. Warte mal, da ist noch so komischer Dings, das gibt doch auch Saft. Nee, Saft kann ich gar nicht zu mir nehmen. Nee, geht gar nicht. Was hab ich jetzt gegessen? Bin mir nicht sicher. Wieso kann ich kein ekliges Wasser trinken? Au! Was sind das? Bei mir hat das Spiel bugt. Ich kann kein ekliges Wasser trinken. Vielleicht geht es auch nur begrenzt oft. Erstmal. Ich kann es gar nicht. Ich hab es noch nicht einmal können. Jetzt kommt zwar der Tooltip unten. Ekliges Wasser trinken. Ehe, aber ich kann nix machen da. Okay. Doof. Also, ich hab schon die... Ich hab schon gern noch irgendwie was zu trinken, bevor ich mich in die Höhle stütze. Also, ich hab die ersten hab ich jetzt schon mal weggemacht, ne? Ich hab schon wieder die... Nur mal so. Achso, da hinten bist du. Ja, gut. Achso. Ach, stimmt. Da ging es den Weg ja hoch. Wir müssten aber auch, glaube ich, runter irgendwann, ne? Ja, da runter. Was ist da denn? Saft. Ja, aber Saft kann ich auch nicht zu mir nehmen. Hä? Kannst du Saft trinken? Wo ist denn bei dir Saft? Hier. Da ist nochmal Saft. Hör mal da. Ich dachte, das konnte man trinken. Aber das kann man nur einsammeln. Achso. Irgendwas konnte man, glaube ich, aber auch trinken noch. Das ist auch so ausgesehen. Ja, das war das Gelbe. Oh, Mann. Huch. Noch mehr Milben. Also, wir sind jetzt an der Höhle vorbeigelaufen. Ja, 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 wir gehen jetzt auch zur Höhle. Ja, Höhle, da ist doch immer Wasser, oder? Höhle, da sammelt sich doch Wasser. Ja, ja, Höhlenwasser, klar. Höhlenwasser. Gott, wie viel Milben sind denn das? Brauchst du Hilfe, bist du in Not? Ja, ich hab halt hier einen Arsch voll Milben. Was war denn da? Irgendwas kommt noch da. Kiesel kann man noch zerlegen. Haben wir denn Kiesel? Achso, eine Kiesel braucht man doch nicht. Kiesel liegt ja genug auf dem Boden. So, dann Höhle, ja? Ähm, ja, ja, ja. Ich hoffe, dass Höhle einfach auch dann Getränke. Kannst du wirklich eine Fackel herstellen? Ich hab eine Fackel im Momentar. Ich hab nämlich schon mal was vorbereitet. Ah, das ist sehr gut, weil dann kannst du dich nicht gleich mal anzünden. BAM! Alleyhoop! Bringt die Lichter. So. Ich bin das Licht. Das ist hervorragend. Und ich mach dann die Milben, äh, geschnecht. So. Wo haben wir denn hier noch mehr von den Milbys? Oh. Sag mal, kommt man die Milbys nicht essen? Die essen auf jeden Fall erstmal unser Kabel. So. Mach den Weg des Lasers. Ich glaub, wir haben's doch schon, ne? Ey, die sind... Ah, guck mal, wir haben Quarzdinger. Quarz? Stein. Quarz-Hit. Damit können wir dann wieder reparieren. Oder mit Sicherheit andere coole Sachen machen. Ja, jetzt müssen wir uns wieder analysieren, befürchte ich. Quarz, geh kaputt. So, alles mal einsammeln. Ich weiß noch nicht, ob ich da tiefer in diese Höhle möchte. Doch. Vor allem, wir buddeln jetzt erstmal. Guck mal. Oh. Zack. Warte mal, lass mich den einsammeln. Ich hab schon, ähm, Maartenhaut und alles im Inventar. Achso, jetzt... Ich weiß gar nicht, aber... Halt, hier ist nochmal Quarzdinger. Ja, okay. Oh, da ist noch mehr. Decken wir uns mal mit dem ganzen Zeug ein, hier. Ja, ich hab keine Kraft mehr hier, weil mein Getränkezustand hier ein bisschen beim Teufel ist. Okay. Was ist das denn? Milpenreiter? Farbschema entdeckt? Da ist nochmal Quarz. Ja, warte. Achso, hast du es? Ja. Kannst du mal hier in diese Ecke mal leuchten, kurz? Ja. Ach nee, da ist nix, okay. Das Ende der Höhle, oder? Das Ende des Ganges. Und kein Wasser in Sicht. Sauerei. Was hängt denn da oben noch? Das hab ich mal alles eingesammelt, das müssen wir analysieren. Da ist auch noch was. Da ist noch ne Milbe gewesen. So, da haben wir ja die Maschine wieder in Gang gesetzt, glaube ich. Jo, Maschine ist wieder ready. Ach, das Kabel muss echt lecker sein, ey. So angeknabbert, wie das ist. Oh, können wir wieder zum Lager? Aber, 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 ich hab Durst. Ja, da ist, probieren wir hier nochmal zu trinken. Geht nicht. Hä? Geht nicht. Okay. So, da ist Ton. Wir können noch Ton ausbuddeln, ja. Nee, mit der Schaufel. Nicht mit dem Hammer. Ja, Entschuldigung. Ich bin nervös. Ach, weißt du was? Ich bin ja dumm, ne? Ich bin saudumm. Man muss ja eh gedrückt halten. Ach, komm schon, Daniel. Echt jetzt. Ja, bei den Tropfen müssen wir einfach nur eh drücken. Und hier ist es eh gedrückt halten. Jetzt bin ich halt vergiftet. Und hab Hunger. Ja, das macht nur das Essen weniger. Ach so, warte mal. Hab ich noch Matenbraten? So, jetzt bin ich wieder voll. Jetzt können wir zum Lager. Oder wir gehen nochmal schnell einen kleinen Umweg und gucken nochmal, ob wir zu irgend so einem Scanlager kommen. Ja, wo ist ein Scanlager? 221 Meter weg. Wo ist das zweite? 94. Dann gehen wir zum 94, oder? Ich seh's grad nicht. Aber... Ja, komm mit. Da, wo ich langlaufe. Irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie hat das grad... Hab ich da grad ein paar kleine... Bugs. Das Spiel hat Bugs. Werde das gedacht. Hahaha. Hahaha. So. Also gut, ich schmeiß mal das Quarzding da rein. Analysieren Quarz. Reparaturwerkzeug. Ah ja. Sehr gut. Und dann werf ich die... äh... Schleimpilzstängel rein. Was auch immer. Ähm, warte mal, bevor du das dritte magst. Was haben wir denn noch da? Ich hab nichts mehr. Du hast nichts mehr? Ich guck noch mal drauf. Hab ich noch irgendwas? Ne, ich hab auch nichts mehr. Wie kann das denn möglich sein? Können wir schon alles rein haben. Aber wir können jetzt Leuchten bauen. Du bist mir schon so ne Leuchte, du. Leuchten? Vorratskisteplanlage haben wir noch irgendwo. Spinnrad brauchen wir mir denn... Also du, wir können... Wir können das auch gerne im Lager besprechen, wenn du magst. Ja, ja, okay. Ich mein, da draußen läuft immer nachts ne ganz große Spinni rum. Eine? Ja, mindestens. Und ich hab da keine Lust, da immer n Weg zu laufen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt böse rote Augen. Also ich find, dass das mit dem Licht macht schon irgendwie das ganze ziemlich stimmungsvoll hier mit der Fackel. Ja, toll. Find's auch geil. Ist so völlig ein Tropfen rausgekommen. Das wollte ich jetzt auch gucken, ja. Ne, Mist. Oh Gott, blöde Ameise. Hör doch auf damit. Wo ist unser Zuhause? Ach, hier. Was ist das? Ach so. Nichts von Belang. Können wir jetzt vielleicht ne bessere Axt machen? Hallo Ameise. Nein, nein. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich Hopps noch unter Kontrolle halte. Mein Finger zockt schon jedes Mal, wenn ich neben der Ameise bin. Hm. Ich weiß. Ist auch nix. Mein Gott. Ameise. Lasset mich. Hin fort. Jetzt hänge ich hier im Gestrüpp. Schön hast du das gemacht. Du hast dich schon mal das Gebäude erweitert hier. So theoretisch. Ja, wir müssen halt noch ernten. Hä, hast du die ganzen Blattdinger da weggemacht hier? Diese Blattwände? Ja, natürlich. Hallo? Weißt du, was das schluckt? Ja, schon. Aber hast du irgendwas Neues gebaut? Ja, guck doch mal da rechts. Hier, guck mal. Ist höher alles. Wo ist denn rechts bei dir? Ja, hier. Hier, wo ich stehe. Da ist doch alles schon höher. Wo bist du? Da, wo die Blattdinger waren. Ach so. Ah, da. Tatsächlich. Oh Gott, oh Gott. Ich fühl mich hier wie in so einem Kerker. Ja, diese blöden Dinge nerven echt. Ich werfe erstmal hier alles wieder rein. Oh mein Gott, das ist wieder rein. Aber die Smoothie-Küche, die könnten wir bauen. Ich bräuchte mal so eine Eichelkappe. Eine und Mahnschleim. So, und jetzt kann ich eine Smoothie-Küche bauen. Die kommt direkt neben dem Grill. So, und was macht man damit jetzt? In der Smoothie können Hallengegestelle hergestellt werden. Packe drei beliebige Gegenstände hin, um einen Smoothie herzustellen. Vielleicht ist er sogar lecker. Ah, weißt du was? Der Wasserbehälter ist wahrscheinlich nur so als Vorratsding gedacht, dass man da über die Wasserflasche wahrscheinlich das Zeug rein kippen kann. Ich habe jetzt irgendwas hergestellt. So, was habe ich jetzt hergestellt? Trinkbar und heilt. Das ist doch schon mal cool. Hau ich mir mal in die Binsen hier. Ja, toll. Das trinken wir ja für eine Art. Moment mal, wir könnten auch nur eine Vorratskiste bauen. Dafür brauche ich Säft. Säft? Säft. Eichelschale. Wo ist denn Säft? Ich habe doch auch Säft hier. Da, Säft. Und was war noch? Kleeblatt. Kleeblatt haben wir ja ein bisschen was hier. Ach, guck mal einer an. Oh Gott, es ist so dunkel hier. Ich weiß gar nicht, wo ich Zeug platzieren kann. Äh. Mal neben der Werkbank hier. Schleimleuchte. Da, 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 da. Schleimleuchte. Ähm. Wie immer so eine Schleimleuchte aus. Ich brauche mal so ein Ding. So. Ein paar Leimleuchte. Bitte einmal herstellen. Unterstützt doch. Stachelhalm. Ah ja, das ist so ein... Okay, Düsselstachel haben wir glaube ich nicht so wirklich. Oh, guck mal, wir haben Licht. Hä? Wir haben Licht gemacht. Wo hängt die denn jetzt? Da in der Wand. Ach so? Ach, das ist ja atmosphärisch. Hä? Hä? So, wir müssen mal verhindern, dass da jedes Mal diese blöden Dinger da raus wachsen. Da gibt es doch ein Fundament aus Lehm, glaube ich. Ich brauche schon wieder was zu trinken. Was ist denn hier los? Äh, warte mal. Ich hau gar auf die Tür, ich Idiot. Was sagten eigentlich... Was brauche ich denn für dieses komische Fundament? Lehmfundament. Ich brauche vier Lehm. Ich probiere mal aus, was das ist. Wie groß das Wobb ist. Was ist denn der Lehm? Äh, Lehm. Lehm? Wir hatten doch jede Menge Lehm. Madenleggings. Äh, nee, aber die von dir, die Eicheldinger, die sind besser. Hatten wir nicht gerade eben Lehm eingesammelt? Ton hatten wir. Äh, wie kriege ich mir jetzt Lehm her? Lehmrampe. Nö, das machen wir einfach aus Ton. Lehmfundament. So, okay. Du brauchst einfach nur viermal Ton. Ton müsste irgendwo in einem von den Lagern drin sein. Habe ich ein bisschen was neigelegt. Eins. Nein, guck mal. Ich hatte da echt... Da hier, guck, da sind drei hier drin in der Kiste. In der Vorratskiste. Wo bist denn du gerade? Da hinten habe ich die Vorratskiste hingebaut, hier. Ach, da ist noch eine. Ah, das ist ne große Kiste. Okay, dann kann ich jetzt mal ein so Lehmding bauen. Mal gucken, wie das aussieht und wie groß das ist. Huch. Huch. Oh, huch. Was tun wir denn davor? Das ist ein bisschen größer. Warte mal, äh. Ich glaube, das schauen wir uns mal morgen beim Licht an. Ja, vielleicht sollte man dann in Zukunft erstmal den Lehmboden legen und dann, ähm, alles außenrum. Huch. Wahrscheinlich wachsen die Pflanzen trotzdem da durch, wer weiß. So, ich will jetzt mal schlafen gehen, weil es ist dunkel, ja. Ich bin müde. Ja, also, äh, ich hab mich ausgesperrt. Ja, ja, ich geh auch pennen, ist okay. Komm, schlafen. Und dann brauch ich dringend was zu trinken.